Kann ich von Nutz, von Nutz, von... behilflich sein? Deine... Rechtschaffen! Bis tänne! Na, lass ich dich in die Bank rein, sobald die Märkte zusammengebrochen sind! South Park könnte ein paar Heldinnen gebrauchen! Held, ich bin auf. Die Märkte ist ein Schuss für mich. Geht es mir, wir sind in die Nähe! Ja, ich bin in die Märkte. Ich habe mich mit dem Schuss aufgelenkt. Ich bin in die Märkte. 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 Hey, Zuckerstückchen, machen wir ein Selfie? Oh mein Gott! Sorry, ich bin einfach nicht in der Stimmung für ein Selfie. Ich habe Angst um meine Kätzchen. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Wirdest du m********* Du bist jetzt an seinem Unterschlupf. Finde einen Zugang, aber Vorsicht, er wird schwer bewaffnet sein. Den Wärmebildern nach ist der Verdächtige hinten im Haus. Hier, Mietz, Mietz, äh, hier, Viertklässler! Mietz, Mietz! Das wird ein heißer Tanz! Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen! Los, wunder Arsch! Ja, was? Ja, was? Los, Kits! Musik Zeit ist Geld. Wie ein Blitz. Alter, verausgab dich nicht. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Boot? Ohne zu zucken. Respekt. Ich hab zur Zeit einen Haufen Stress. Den werde ich an dir abbauen. Ich schieb dir die Faust so tief in den Arsch, dass ich dir die Zähne putzen kann. Lach nur. Der Letzte, der das bei mir versucht hat, ist tot. Du bist voll am Ende. Dafür bist du mir echt was schuldig. Ein frischer Wind zieht auf. Gern geschehen. Bin ich endlich dran? Danke. Ich hab genug vor dem Kack. Beeindruckend für ein Physiknormalo. Superheldenzeug scheint dir zu gefallen. Jetzt aber schnell. Mann, jetzt klingeln mir sauber die Ohren. Ich bin jetzt dran. Extra für dich. Gefällt dir das Vierklässler? In der Mittelschule gibt's davon noch mehr. Den hab ich extra für dich von ganz unten hochgeholt. Hey, Kyle. Oder Kyle. Oder wie auch immer. Tu was. Pew, pew. Ja. Wer braucht am meisten Entracht, Pügel? Mega-Faust, Patscheru. Kuhnen, Friends. Für immer. Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. Wieder gewonnen. Ja, aber... Alles nehmen. Oh. Jetzt solltest du ihn sehen. Hey, wer bist du? Was machst du in meinem Haus? Was hast du in meinem Haus zu suchen? Stellung halten! Was soll denn das? Verschwinde aus meinem Haus, verdammt. Feuer wieder! Ah, ah. Sag nein zu Drogen, Kids. Sonst knallt's. Heilige Scheiße, du bist wirklich ein Superheld. Ein Degenerierter weniger, um den wir uns kümmern müssen. Greif uns doch mal wieder unter die Arme. So, dann gehen wir mal hoch. Ne, das ist ein normales Bild. Turken benimmt sich echt komisch in letzter Zeit. Komisch? Oder wie ein totales Arschloch wie all die anderen Jungs. Ja, letzteres. Aha, spiel ne Karte. Okay, warum nicht? Danke. Okay, du kriegst ein Mitleids-Follow. Was soll's? Mitleids-Follow, jawohl. Juhu! Danke! Cooles Outfit. Hast du dich heute im Dunkeln angezogen? Ich wollte mir die Haare färben, aber dann müsste ich meinen Namen ändern in Haselnussblond. Vielleicht färbst du nur die Spitzen. Ja, böse Spitzbögen. Hey, Viertklässler, komm, spiel mit uns Großen! Es ist ein großer Fehler, sich mit k-k-cooinen Friends anzulegen. Hau sie weg, Neuer! Das gibt garantiert ne Nabe! Beeilen wir uns! War das die Schallmauer oder ist ein Kiefer gebrochen? Euch platt zu machen, fällt unter Anti-Aggressionstherapie. Scheiße für dich! Viertklässler versohlen? Geile Sache! Ha! 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 Hast du dich grad eingeschissen? Für Viertklässler seid ihr echt zählbrocken! Ja! Oh, oh! Fängst du jetzt an zu Heulzwergen? Füllt den Zorn von Judenkeit! Ein Viertklässler mit nem Drachen! Bleib lieber liegen! Es ist Crack-Zeit! Ich meine, Super-Crack-Zeit! Versuch's doch, Fick-Bär! Oh, direkt im Ego! Oh, rein, Neuer! Noch so'n Pein der Art! Dann sind wir durch! Ihr braucht schon Physik! Das hab' ich kopfdrehen! Das hab' ich kopfdrehen! Bleh! 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 Immer kriegen's die Neuen ab! Bleh! Oh! Alles okay, Super-Crack? Klar, mir geht's super! Dreh mich dann mal auf, wenn ich dran bin! Hüg mich dann mal auf, wenn ich dran bin! Heilung! Wieder dabei! Bin ich schon am Zug? Okay! Wird mir nicht egaler sein. Genau so, mit Köpfchen! Heilt am Boden! Ein Kampfsgans nach meinem Geschmack! Hmm... Wir müssen bloß bald mal Level Up machen. Okay, da wollen wir schon. Wohin deswegs? Baut keine Bruchlandung! Polizist, da lege ich mal drüber. Ist das nicht? Geh! Was bist du denn? Ein Yoga-Lehrer? Geh schon durch. Gute Arbeit. Wir verhören den Kriminellen jetzt. Er will zwar nicht reden, aber es macht Spaß, ihn zu verprügeln. Du kannst dir nachher die Junior-Detective-Marke abholen, wenn wir mehr aus diesem Drecksack rausgequetscht haben. Ich bin gerade beschäftigt. Hey, wenn das nicht mein kleines PR-Team ist, sind die Bilder schon online? Poste diese Fotos, ganz einfach. Hey, eine Hand wäscht die andere. Ja, ich bin gerade ein paar Jahre alt. Ja, ich bin gerade ein paar Jahre alt. Ich bin gut. Komm nicht durch, du kommst mal auf, du kommst nicht schien. Ist es Zeit für Blitfreak? Ich komme ja durch dieses Seilsturm. Ziehen wir das durch? Nee, da kommen wir auch nicht lang, ne? Warte mal dann so links? Wehm es da eigentlich gehen? Fantastisch! Bitte schön! Was darf ich hier noch nicht sagen? Ja. Sie sind ein Minderjähriger und nähern sich einem rauschmittelhaltigen Sperrbereich. Treten Sie zurück oder Sie werden terminieren. Sag Nein zu oben! Du bist tot! Warnung! Sie haben 5 Sekunden! Sie machen sich straßbar! Entfernen Sie sich vom Powerweed! Erinnerst du Daktari? Ich erinnere am coolsten von dich, Clarence! Ja, erinnerst? Erinnerst du? Es ist des Raisins! Moskito muss da drin sein! Lass dich nur nicht von den scharfen Wings und Bräuten ablenken! Hi und willkommen im Raisins! Nur eine Person? Dann komm mal mit Süßi! DAS